Hey, 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 liebe Party People, Haters, Freunde, Babymamas, Fans und ihr Party People auf den Tanzflächen da draußen. Das Jahr 2012 ist vorbei, es war ein cooles Jahr und ich danke euch für euren Support. 20 Jahre DJ Tomek, 20 Jahre Boogie Down Berlin, 3 Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Tourneen, auch die Weihnachtstour wieder dieses Jahr wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ich danke euch für euren jahrelangen Support, für alles, boom, 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 Twitter, Facebook, Pages, man, ihr seid einfach die Coolsten. Ähm, die Themen des Jahres, natürlich, Geburtenrückgang, macht mehr Schubidubi, Marvin Gaye hat's schon gesagt, let's get it on und er meinte das, Schubidubi ist eine gute Sache, mehr Kinder sind sehr gut für die Rente, also auf jeden Fall mehr davon, geht wieder mehr in Clubs, lernt wieder mehr Leute kennen, so muss es sein. Thema, geh mal, geh mal nach Hause. Thema 20 Jahre DJ Tomek, ich danke euch vom ganzen Herzen für den Support der letzten 20 Jahre. Das Jahr 2012 ist zu Ende, es war wieder mal ein sehr, sehr gutes Jahr und im Jahr 2013 machen wir das ganze Jahr No Party. 20 Jahre Boogie Down Berlin, 20 Jahre DJ Tomek, 20 Jahre New York to Germany, wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ich danke, ich danke euch dafür, ihr seid die Besten. Ohne euch kein Boogie Down Berlin, kein DJ Tomek. Ich sag Dankeschön, habt ein gutes, gutes, gutes 2013. Ich liebe euch, euer Boy Tomek. Ufffüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.